Und wieder einmal geht es weiter hier auf der Kokolint Map bei Robbios Legends. Hi Freunde, willkommen zurück. Du 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 du. Äh, ja ich glaube es war bloß hier diesen Typ, diesen, wie ist es, genau, Ulriera, wa? Ja. Ha. Den Namen behalten sowieso nie. Freizuspielen, denn wir brauchen ihn um nach Hause zu telefonieren. Blububububub. Für Linkel Stufe 3 Stiefel du du du. Ja, wir haben im Prinzip noch viel vor und äh, trotz allem irgendwie verbringe ich hier relativ viel Zeit auf der Kokolint. Mit dem Vergleich zum Beispiel zur Wind Waker Map. Hm. Aber es ist irgendwie halt so ähnlich wie auch mit unserer guten alten äh, Termina Karte. Ja natürlich ähnlich aufgebaut und so. Und auch die habe ich dort ja komplett gemacht, zwar ein bisschen durchgewascht und so weiter. Hm. Aber Kokolint Karte ist es ja vom Aufbau her, wegen den Instrumenten und so weiter. Gut, dort waren es drei Tage, okay. Aber er hatte auch einen Zähler drauf, war deswegen ziemlich ähnlich. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, äh, dass hier die Kokolint Map, wie es scheint, doch auch relativ... Einiges klein neu ist als die anderen Karten. Daher... Jo. Im Sinne von klein aber fein. Wie es links wirklich nie eigentlich auch ist. Äh. Wo dann den Typen. So. Wir haben Stufe 2 Waffen linken und auch eine Stufe 3 Waffen. Äh. Verarschen. Und tschüssi. Jo. Ja. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Im Prinzip... Ja, was heißt im Prinzip, wa? Hm. Ich sag's mal so. Hallo. Warriors Legends dauert jetzt auch schon bald schon 50 Parts an. Und ich wollte das letztendlich wursprich gar nicht zu lange machen. Ich mein, klar, es war noch Spass ein zweiter, aber irgendwann muss man sich halt schon fragen, Ja, warte mal. Ist eigentlich immer wieder das gleiche, oder ist irgendwann auch mal ein bisschen was anderes? Wie sieht's eigentlich aus? Weil die Missionen, ganz ehrlich, es ist Hallo Warriors, es ist eigentlich immer das gleiche. Im Prinzip. Klar, neue Charaktere, neue Waffen, neue Karten. Das wird schon vorzeigekräftig und so weiter und so fort. Aber... Ja. Da muss ich ein bisschen gucken können, was man noch anders machen kann. Und vor allem natürlich, was noch alles lohnt. Okay, ging aber das sehr schnell. Und was finden unsere Linke denn hier? Ein Geschenk! Sie gibt uns ein Präsent! Äh... Kein Rulsanführer hier. Doof. Jo, generell gibt's mir sowieso hier auf der Google Link Map halt darum noch das Ganze abzuschliessen, ne. Mit allen nach den Instrumenten. Und natürlich auch, dass noch alle Waffen von... Wann habe ich ja Ding gesagt? Meduli? Ne, natürlich auch von Maren. Und halt Linkel. Sprich da ihre Powerkick-Boots noch bekommen. Auf den anderen Waffen Stufe 4. Ich filme sowieso auf anderen Maps noch. Und... Ich habe ohnehin das Gefühl, dass sie plötzlich das gleiche ist in Stufe 3 Waffen. Nur halt ein bisschen stärker. Und denke ich mal an Stufe 3 Plus oder Stufe 4 Plus ist das gleiche. Von dem her... Jo. Und vor allem mein größtes Problem ist, ich habe so viele Projekte auch getan. Und Larven kommt kaum hinterher. Es ist kaum zu fassen. Jo, man hat so viele Projekte im Laufen als gleichzeitig. Ich weiss auch nicht so genau. Hm... Wie stiesse ich jetzt von was ab? Wo sollte ich eher... Priorität setzen, wo eher weniger? Und was ist noch gut und was nicht? Und am Schluss muss ich sagen, wir machen das eigentlich das, was auch Spass macht. Und Zuschauer natürlich auch. Und deswegen... Ja... So... Sag mal... Geht doch. Und dann auf die Weise... Jo, im besten Fall ist es einfach nicht einfach zu zocken. Zocken, was mir Spass macht. Fertig. So wie ich sie auch im Aussprung getan habe. Ja, wo ist es eigentlich nur über 5 Jahre her? Wow, 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 wow. Ganz ruhig. My Buddies. Der eine wäre Futsch. Der andere will gleich Futsch sein. Die Hühner haben ihren Kampf beendet. Dankeschön. Wow, 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 wow. Ich bin hier irgendwie gerade... Okay. Sorry. Ich stampf irgendwie von den Flammen, trotzdem kannst du angekriegen. Ich fluchte gerade hin. Wow. Mann hältst du was aus. So. Feierabend? Feierabend. Yay. Ja, bin natürlich auch. Dankeschön. Und... Very, very nice. Ja, aber trotzdem denke ich halt im Spiel, oder sprich im Let's Play selbst, würde eigentlich mal eine Pause mal gut tun. Aber auch gut, natürlich die Schattenkarte fehlt noch und die Master... äh, die Master... die Schattenkarte kennen wir noch von der Wii U. Was ist da neu? Klar, die Missionen sind gleich. Termina wird für uns ein bisschen einfacher sein, wegen Level Cap. Okay. Und was ziemlich sicher auch sein wird halt, dass halt die Stufe 3 Plus, was es überall noch gibt, oder Stufe 4, Stufe 4 Plus Waffen, äh, da verteilt sind. Okay. Umsonsten muss ich ja sagen, warten wir dort die nächsten DLCs, wa? Ja. Bei Hallo Warriors. Und was mich vor allem mal interessiert, weil, ja, das ist halt eine 3DS-Zahl, hm? Der Wii U-Teil hatten wir auch schon. Klar, du kannst hier Waffen und neue Charaktere darauf übertragen, ist ja nett, keine Frage. Aber wie sieht's eigentlich, wenn wir mal so ehrlich sind, äh, wohl eigentlich die hier, ja, danke schön. Wie sieht's eigentlich mit der NX aus? Für einen Teil der Wo Warriors NX, ich meine, da kann's ja sicher sein, ja? Und man kann sich noch einiges erweitern hier. Theoretisch. Also denke ich mal, die Möglichkeit wäre immer noch da. Und dann das dritte Hallo Warriors Let's Play, äh, boah. Wäre dann sicher ein bisschen spezieller, wa? So, einmal. Da hat's ja relativ viele, äh, Gegner hier, wa? Das Wii ist, da kann ich nicht killen da drin. Oh! Männ, oh! Wäre aber geil gewesen, wenn es geklappt hätte. Das sind Stosstruppen! Ja, ja. Sollen sie mal stossen. Was? Das ist ne ganz starken, hier, wa? Hey, du! Ja, genau dich, wie dich! Tschüss! Dauert zu lange. Hallo! So, nicht vergessen, Freunde. Wir brauchen noch ein paar Gegner. 1200 insgesamt. Das ist ja immer so. Du, du, du. Deswegen suchen wir immer Magie. Magie! Ja, ein bisschen Magic ist hier natürlich dein bester Freund. Generell, wa? Magie ist immer geil. Aber natürlich, äh, Kid Link, das spielt ja mal zu, was Mask Link. Alter, wir haben jetzt in der Ocarina natürlich die Magie auffüllen können. Dann einfach mal so krass die Feenpower loslässt und auf die Magie sammelt für stärkere Gegner. Für Bossgegen und so weiter, Schwachpunktenanzeige. Was haben wir hier schon da? Ja, Herzcontainer, okay. Hallo! Stopp! Brägt nix. Geben meine Stiefheils, du, keine Chance. Nicht gegen meine Power Kick Boots! Power Kick Boots? Ist doch ein bisschen das falsche Spiel. Du, 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 du. Nange halten! Du, 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 du. Oh, die wollen nach oben. Hm? Finde ich gar nicht nett. Du, 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 du. Das ist ja mein Hauptquartier. Ähm, ja. Vielleicht auch mal vorbeigucken, wa? Da oben als ein Bedrängnis, ja da oben kein, äh, kein Euler. Ja, natürlich ist hier unten so wenig los und verarschen. Was ist hier so wenig los? Ja, Maren wurde gesichtet. Ja, was sagst du denn dazu? Ja. Ja. Mein hallo, das ist Kukulin. Wer soll denn sonst hier sein? Ja. Tja. Wir sollen noch eine Karte zu einem Hourglass in Spirit Tracks geben. Dann denkt er eher an Spirit Tracks. Haben die Charakere, wa? Hm, Kidokumus zum Beispiel. Kann man durchaus noch einbauen. Oder Toonsel da offenbar. Gut, Toonsel war jetzt nicht unbedingt, aber angeblich soll es die auch geben. Äh, ja, ja. Ich weiss, da ist ein Typ da unten. Ich komme gleich zu dem zurück. Und, äh, die Ding kommt ja auch noch dann, aber zum Schluss. Und zwar eine Kaltsu. A Link Between Worlds. Und da habe ich natürlich schon Bock auf. Gut, Ravio. Oh. Eher weniger. Yoga? Natürlich schon. Nicht Yuya, also ein Yuga. Aber er ist natürlich gerne mal. Äh. Ich habe gerne Bock drauf hätte, vielleicht Hilda. Aber es gibt schon Kostüme von ihr. Und. Da ist halt die Wahrscheinlichkeit eher ein bisschen gering. Aber Hilda, so ein Hallo-Worby, das Artwork-Style wäre schon episch. So. Ich beruhe mal hin. Äh. Das wär hier oben! Für Roma? Nichts. Glauben wie bist du? Äh. Ja, es wird so Bedrängnis sein. Gut, Yol is aktiviert, von dem her ist das kein Problem mehr. Ja, der Scheiss Hunde wieder. Ah, hier is ein Problem gegen das Hündchen. Ja, so einer ist mir das. Chicken One, wenn das Büro mal endet. Ne, nicht so ein geiler Titel. Sag mal. Dankeschön. So bist du. Der redet auch noch, sowieso. Nein, Linkel. Ah, scheisse. Wo ist ein Bedrängnis? Wieso? Ein Hünchen? Der mag doch sicher gerne Grill Chicken. Jetzt sehen wir die Verräter mehr aus, als die Hutesführer, wa? Ja, jetzt aber. So. Da gab es schon angemacht. Ah, aber die Zeit, die Zeit. Die soll man lieber nicht unterschätzen. Alle Verräterungen gegen den Sandtuch vor. Das lohnt es von mir aus. Hi, Typie. Äh. Minna, null abgezogen. Ja, servus. Ja, mein gut. Den Gänse nicht machen, so etwas. Der ist halt einfach eine Schweinerei. Nein. Wo ist denn so etwas? Ich übertreibe nicht, der Rechpaste. Qua. Qua. Das war knapp. Kikrikiii. Minna hat noch viel aus. Das gefällt mir nichts. Was? Vorsicht, Mann, der Rechpaste. Er hat sich Minna. Mach'n wir mal. Wo die Bedrohung? Ah, er hat sich Minna. Das darf's nicht tun. Sollte er zur Schwachpunktanzeigen nehmen. Geht's auch ein bisschen schneller. Ja, komm Minna. Komm, komm. Wo ist die kleine Minna? Wo ist die kleine Minna? Da ist die kleine Minna. Komm, komm. 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 Viel fehlt nicht mehr. Moral steigen. Soll er mal. Soll er mal seine Moral steigen. Oh. Er ist echt gestiegen. Wop, 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 wop. Tja, sowohl zur Moral. Und die Moral von der Geschichte? Denk dich nicht mit dem Clan. Vergiss das nicht. Nee, hat sie gereimt. Minna, bitte mal ein bisschen. Ich muss Zanto helfen. Oh, komm. Schwachpunktanzeige. Wo bist du? Ja, komm. Schwachpunktanzeige. Da bist du ja. Du hast schon vermisst's. Oh. Armart Zanto. Oh. 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 Mann, das war so geil. Man hat geklappt. Ja, komm. Die Anzeige ist fast unten. Das klingt so. Oh, 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 oh. Die Anzeige war doch unten. Machen wir's halt so. Du, 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 du. Und wieder mal haben wir's geschafft. Du, du, du. So, kennen wir auch schon. Genauso glaube ich auch die Kick-Animation. Du. Ja, sie können rüberlachen. Na ja, wir im Prinzip auch, was. Besiege die Feinde und tieferiere die Pegasus Stiefel! Geflügel die Stiefel in der Macht des Gewitters! Und die Hühner lassen sich heftige Tritte verteilen! Wir haben die Pegasus Boots! Ja, das ist so geil! Und wir sind immer noch heil! Musik Das Nicken Hintergrund So, die Frage hier weiter! Ich würd schon 4 verlinkeln! Wenn ich Schaden schalte ich gleich wo du zu Ort Ich werde länger dauern, oder? Auf Affen fixiert, interessant Ich muss eigentlich nicht durch, wenn wir ehrlich sind Ich mach' halt unbedingt Sau-Pulver, hm. Gemeinsam gegen den Feind. Du-du-du-du-du. Könnte relativ schnell noch gehen, wa? Also muss ich sowieso durch hier. Mit dem Lokomus-Schwer. Du-du-du. Ich glaub's grad zum ersten Mal, wa? Kras, ey. Du-du-du-du-du-du. So, wer soll es sein? Link und Link. Gesellt sich Link. Was? Ja, komm. Team Link. Wir sind nicht rechts. Du-du-du-du-du. Wir sind offen für alles. Was? Und Link hat den längeren. Stimmt. Hat Link. Also, der große Link. Was? Du-du-du-du. Die Größe macht's eben doch aus. Ja, hier schon. Link darf nicht fliehen, aber er muss fliehen. Du-du-du-du-du-du-du-du. Also, da muss ich runter. Und ich mich gerade voll verarscht. Da ist mir das Toon Link schneller. Ja. Mein Smash, wa? Hm. Ich hasse Toon Link in Smash. Hey, mein Doli. Kennen wir uns nicht? Das war ein Bähler. Äh, 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 äh. Ja, äh. Wird mal zu heiss hier. Können Zimperlich sein? Ist das klar, Mann? Ein Vogel. Ein Ormi. Ein Ormi. Ein Anthologe, oder was? Mann! Das muss aber klappen. Mann, lass mich in Ruhe, du scheiß Verräter. Äh. Äh. Lass mal auf, Toon Link. Oh, weg da Toon Link. Weg da, weg da. Uh. Da hätte ich aber schief gehen können. Äh, verwirrt, verwirrt. Da bist du ja! Oh, 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 oh. Wenn ich ins Locken muss, wäre das hier unlogisch bei ihr. Naja. Äh. Medoli will es mir bitte ein Item geben. Ich brenne da rauf. Hä? Wer kämpft da? Wer kämpft da, frage ich. Ah, Mann hat es uns angeschlossen. Okay. Was denn Tine? Äh, Tine? Marvin? Toon Link Link? Ich kenne die Musik, dennoch episch das ein. Nein, ich glaube nicht. Servus Freunde, ich bin kleiner Boho. Headshot. Hey ho. Kuckuck. Heimpaar schon lange war. Oh. Da war doch ein Dunkelinfer hier. Das war knapp. Ich will erschlitzen. Wow. Wow. Das ist ja ganz seltsam. Wieso war ich plötzlich nicht schneller? Wow. Alter. Nehmen wir mehr. Wow. Alter, bin der Katastrocken. Wo kommt der wieder her? Da bin ich aber nicht eingeladen zur Party. Äh. Ganz, ganz hier fehlt noch. Wow. Alter. Wow. Wow. Die Mission hat es in sich. Da packe ich dann zu viel hier. Mein Geschmack. Wow. Wow. Äh, Linke, der langsam vorher noch helfen würdest. Oh oh. Das war knapp. Eigentlich schon wieder Quatsch. Warte mal. Weg mit dem Zeh. Weg mit dem Zeh hier. So. Ich hoffe, der fällt schnell. Äh, ist ja nichts mehr. Hallo, wo ist der Fette? Oh, das hat er gehört. Hä? Schon down? Nein, das war zu langsam. Oh, oh. So, tschüss. Ja, tut mir der Frage an, bin ich doof? Warte mal. Scheiße, warum? Rang, ah. Okay. Look, 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 look. Mann, ich habe vielleicht keine Zeit. Ja, du fucken. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Die geschmeckt ist, was ich auch bald der Feindlichen anführe. Hööööööööööööööööömm und die riesen wir uns auch zu. Ja. Ich bin in das Schwank dafür auch. Äh, ich wär' dankbar für ein bisschen Magic hier. viel magic so hey trottel drüben ja mit dir rede ich ich bin ein Arsch weisst du das und mit Ärschen verfahren generell so wieso hat der kleine abgeschnitten Benz headshot er ist sauer kann man hier raus friss mich da friss mich da lalalalalala ganz knapp werden mit dran ja äh nö Kumpel was dagegen tschüss das war's mit den Zechen hey Kumpel du stehst mir irgendwie da naja was ist denn im Weg das ist doch unfair wow da kommt man zu das geniesert sich die ganze Zeit oh der muss ingame sein vielleicht ein bisschen zentraler damit Link auch alles erwischt ne solltest du alles erwischen wow gar nix getroffen oder was oh Link aus dem Weg ja jetzt fall doch endlich mal Mensch ich hasse ich hasse Wannser Blatt machen es haut immer so lange wow wo lebt sie noch warum das ich hasse ich hasse getroffen meine Güte jetzt reichts hier aber langsam endgültig tschüss Dunkel Limpa meine Fresse hat schon gedauert Schnauze EWIL das war ein schlechter April Scherz hehehe ach du Scheisse was ist denn hier los EWIL das war ein schlechter April Scherz ja ich sehe schon wie habe ich ein paar Probleme kann das sein äh äh so ein bisschen mehr Platz hier sehr schön äh elegant umgangen wow wow nein 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 und es ist vorbei sehr schwer kann das sein mit du bist schuld aber schon wieder voll nütze ja 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 wobei das aber das Gefühl einfacher ist als vorhin ja man muss ja wissen dass der Verbannte kommt ich dachte er wäre verbannt ja vielleicht auch eine Ausrede wow was für ein Krampf ey ganz ehrlich ich habe Impa mit dem Verbannten das ist natürlich eine Kombi der Verbannte hat so einen fetten Radius und Impa ist so schnell und mies drauf auf ja was alle unglaubler unglaublich beschissen vor allem hehehe ja unglaublich beschissen wir haben gewonnen gewonnen wie gewonnen sozusagen wohl er sagen ja Abschluss Szene ja ja das ist Locomo Power cool man wa yeah man ja mit dem Spiegelschild macht das schon was her keine frage das hingegen war zu viel des guten was für ein scheiss ich friss jetzt meis gar nicht mal so eine schlechte idee du durfst schon zu spät ist da ist abgeknockt man muss doch rechts durch ja gut freuen wir mal vielen dank fürs zusehen ich werde mal bis nächste folge ein bisschen aufs gewinn zocken als vor allem in einer solchen normalen missionen wo sowieso nichts passiert weil wir kennen mittlerweile ein bisschen worum es geht der entstand geschlacht skyboard so die alle in feier vermutlich und wer sonst dabei mal gucken oder feier als partnerin wählen und link vielleicht noch und dann ja es muss man sagen jetzt soweit dass ich noch keine neuen instrumente und keine neuen waffen für linken und marien freischauen sprich zb die stu 4 waffen wir gemeinsam frei die waffe auch neu machen wir auch gemeinsam wir können eine dimension hier machen problemlos die hier plus die hier da oben das gleiche bis man den weg frei ist und dann gucken wir im nächsten folge wissen was gehen könnte wieder hier bei howl warriors legends auf der kokolin map danke zusehen bis nächstes mal tschüss tschüss